Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Tele-Stammtischs. Hier kriegt ihr nun die zweite Charge der Interviews auf die Ohren, die ich am Donnerstag des Internationalen Comics Salons in Erlangen geführt habe. Auch diese waren wieder total toll. Sie fanden sowohl im Podcast-Studio statt als auch an anderen Orten. Und ich glaube erneut, dass mir hier wirklich viele tolle Gespräche gelungen sind. Viele auch inhaltlich total tolle Sachen. Wir reden davon, wie sieht es eigentlich aus mit der holländischen Comics-Szene? Welche Parallelen gibt es zwischen Storyboarding und Comics-Schreiben? Was gibt es da vielleicht auch zu wissen, wenn man die perfekte Cutscene für ein Game entwickeln möchte? Wie sieht es aus mit dem Berufsalltag deutscher Comic-KünstlerInnen? Und natürlich auch, wie viele Jahre muss man eigentlich recherchieren, um einen historisch wertvollen Comic zu erstellen? All das und vieles mehr kriegt ihr hier zu hören. Und ich freue mich deshalb besonders auf euer Feedback, das ihr gehendet lassen könnt, auf tele-stammtisch.de, als auch auf Social Media, überall, wo ihr den Tele-Stammtisch findet, überall, wo es Likes gibt. Da findet ihr auch mich und auch da könnt ihr Kommentare und Feedback hinterlassen. Das ist wieder ein bisschen roher alles hier. Nicht ganz perfekt und optimal durchgeschnitten. Aber so kann es schneller kommen, so ist es authentischer. Und so macht es vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Spaß. Wenn ihr das gut findet, könnt ihr mir nämlich auch schreiben und mich buchen für Veranstaltungen. Ich moderiere sie euch gern weg. Ihr müsst auf jeden Fall auch bei den Comic-Cookies reinhören. Da findet ihr zum Beispiel das große Comic-Podcaster-Treffen und so. Und auch viele andere Panels, die ich dieses Jahr moderiert und eben auch aufgezeichnet habe. Hört da mal rein. Könnte Spaß machen. Und ist vielleicht genau das, was ihr auch auf eurer Veranstaltung wollt. Liebe Grüße und auch vielen Dank an der Stelle nochmal auch an den Philipp Kolek. Der hat mir mal mindestens alle Interviews in Erlangen letztlich auch ermöglicht. Dank ihm war mir eigentlich klar, was quasi überhaupt da ankommt. Und ich habe vorab die ganzen Bücher als PDF bekommen und so. Das war sehr hilfreich und sehr wichtig für mich zur Vorbereitung für den Salon. Vielen Dank an den Philipp. Und ganz wichtig noch, kommt unbedingt vorbei auf dem Community Hub des Tele-Stammtisch. Das ist ein Discord-Server, auf dem wir uns über genau diese Sachen hier alle austauschen können. Aber auch über Filme sprechen können. Da sind schon wahnsinnig viele Leute zusammengekommen. Wir reden dort über viele tolle Dinge. Da trifft sich die Community des Tele-Stammtischs. Den Link zum Discord-Server findet ihr in den Shownotes. Nun also erstmal viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Lass krachen. Ciao. Ich rede ganz oft von alten Bekannten, die vorbeikommen, wenn ich das zweite oder dritte Mal mit ihnen rede. Und so ein bisschen ist sie eine alte Bekannte, was aber in keinster Form irgendwie eine Wertung darstellt. Und wenn, dann eine durch und durch positive. Sie ist am Start. Sie hat was Neues dabei. Es ist auch noch für den Ginko nominiert. Und er ist ein Comic. Das heißt also, wir müssen unbedingt drüber reden. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hi, ich bin die Caro. Carolin Reich. Hi, Caro. Haben sich unsere Wege wieder einmal gekreut? Wieder einmal. Es ist wieder Erlangen. Das ist irgendwie krass hier in Erlangen. Irgendwie kommen alle. Das heißt ja immer, Erlangen ist mehr als nur die Stadt. Stimmt das? Das stimmt. Definitiv. Wir haben gestern Abend, weil wir zu Paul waren, wo Besseres hinzugehen, sind wir in den McDonalds da drüben. Und während wir nur saßen, den kenne ich, die kenne ich. Also ich habe keinen Bock zu winken, ich will jetzt nicht reden. Und dann habe ich festgestellt, dass dieselben Personen früh im selben Hotel waren. Ist es für dich eine besondere Ausgabe diesmal beim Salon oder einer wie jeder andere auch? Einfach nur großartig. Erzähl mal, was bedeutet dir der Salon im Jahre 2024? Der bedeutet für mich gerade ganz viel, weil ich nach langer Pause endlich von meiner Serie, vom Anfang, wo wir drüber gesprochen haben, den neuen Band, Band 6 rausbringe. Der hat heute Release. Der ist fertig und ich habe die am Stand, die werden ab heute offiziell in Hände gegeben. Und da freue ich mich sehr drüber, weil bis zur Pandemie gab es ja jedes Jahr ein Band. Und dann ist das ein bisschen eingebrochen und der aktuelle hat halt jetzt drei Jahre Produktionszeit gehabt, weil ging er nicht. Und jetzt ist er endlich fertig und zwar hier zu Erlangen. Und das ist für mich gerade sehr, ja, das ist toll. Das ist so ein, I'm back. Ich mache wieder das, was ich machen möchte und das ist sehr gut. Das ist der Abschlussband, der sechste? Nee, das ist der vorletzte. Der vorletzte. Also einer kommt noch, der siebte und der ist geplant für zwei Jahre nach Erlangen, weil die Serie hat 2016 auch hier angefangen. Also ist so mein Ding immer, ich würde sie auch gerne hier beenden. Und ich bin schlauer geworden, ich mache jetzt nicht mehr einen im Jahr. Ich sage, okay, dann nix einfach zwei, acht Zeit. Ja, warum so ein Druck auch, ne? Also die Leute kaufen, reißen sie ja trotzdem aus den Händen, egal ob es jetzt einmal oder alle zwei. Tatsächlich, tatsächlich. Also ist sehr so, weil ich dachte am Anfang auch immer, ich muss unbedingt einen bringen, weil sonst werde ich vergessen und Zeug. Und nee, ja, das geht auch so. Also drei Jahre war ja schon so, okay, das muss jetzt langsam mal kommen. Gerade das letzte Jahr kamen dann viele Leute. Also es ist toll, wenn du LeserInnen hast, die immer zu dir kommen und fragen, ist der neue Band denn da? Und können wir den so? Und dann immer sagen wir so, nee, ich brauche noch ein bisschen. Die kommen ja wieder, aber diese Enttäuschung jedes Mal. Und der emotionale Schaden, den ich dann auch immer getragen habe davon, immer mit diesem, oh, du bist leid. Ja. Das war ja auch wirklich nicht, also immer wenn es ging, habe ich dran geahnt. Es ging halt nicht, aber es tut mir so leid. Und ab einem Punkt habe ich auch mich gar nicht mehr getraut, noch irgendwie ein Release-Datum zu sagen, weil ich auch schon mal dachte, ja, ich glaube 2023 klappt. Oder auch, also es hat sich immer wieder, jedes Mal so, nee. Dabei bist du ja durch und durch Profi. Ich stelle dich auch gerne so vor. Und wenn man auch über Comic-Profis redet, fällt dein Name ständig. Denn also ich könnte durchaus vorstellen, dass so Deadlines was ist. Also wenn es jemanden kriegt mit den Deadlines, dann auch wohl. Eigentlich ja, genau. Aber ich muss halt immer gucken, ich bin halt Self-Publisherin. Und dadurch muss ich immer gucken, kann ich mir das gerade leisten, auch ein Buch zu machen. Und da halt wieder die Pandemie. Ich war bis dato halt sehr, das ist auch ein Fehler, also rückblickend in meinen Distributions-Kanälen. Ich war immer sehr auf Messen konzentriert. Also ich bin wenig online, gibt es zwar auch als Webcomic aber so, aber mein Online-Shop ist jetzt ein bisschen größer geworden. Aber der war für mich nicht so relevant. Ich habe halt wirklich immer auf Messen verkauft. So war ja überall. Das haben wir uns ja ständig gesehen. Und 2020, ja so lange, wo das dann, da war vorproduziert alles und dann war alles weg, so auf einem Ding. Und ich hatte mein Lager voll, was ich sonst über das Jahr verkauft hätte. Und damit hätte ich mir den nächsten Band finanziert, weil ich bin halt immer so, ich mache ein Buch und andere Sachen dazu. Verkaufe das so über einem halben Jahr, habe noch genug Geld, kann mich wieder ein halbes Jahr einsperren, um mein nächstes Buch zu machen. Und das ging halt nicht. Ich hatte halt ganz viele Ausgaben vorab gehabt, die ich dann nicht losgeworden bin. Und dann war ich so, ja scheiße, ich brauche jetzt aber trotzdem irgendwie Geld und Zeug. Und dann habe ich im ersten Jahr tatsächlich auch noch, Band 5 ist während der Pandemie, also der ist Ende 2020, Anfang 2020 ist der noch erschienen. Da war ich auch noch so, ich mache den aber trotzdem, weil das ist ja das, was ich so tue. Und da habe ich dann halt gemerkt, da haben mir die Absatzkanäle total gefehlt. Das war zwar im Vergleich der beste, ich mache ja immer so eine Vorbestellung, auch jetzt wieder, damit ich hier Druckkosten finanzieren kann. Und so, das war bis dazu der beste Online-Vorab-Release. Das ging. Danach kam aber nichts mehr. Entsprechend war dann so 2021, da war ich erstmal eine Weile deprimiert, um sie aufzugeben. Da ging erstmal gar nichts. Und ja, und dann waren halt irgendwann doof gesagt die Ressourcen alle. Und ich war so, okay, ich muss jetzt irgendwie erstmal anders Geld verdienen und habe das auch gemacht. Also ich hatte letztes Jahr, ich war jetzt auch eine Weile alt, das ist immer ganz lustig, ich bin trotzdem Profi, das muss ich dazu sagen. Das ist kein Problem. Ich habe ein Jahr lang, war ich im Minijob mal kurz im Einzelhandeln. Das ist so in einem Kunstbedarf auch irgendwie. Und das Witzige ist das erste Mal, dass ich in meinem Leben auch, dass ich so einen normalen, in Anführungszeichen, Beruf gemacht habe, war ich immer irgendwo im Designbereich, weil ich habe Games gemacht und Zeug. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich so, und das war aber total gut, weil da gab es halt vorhin ein Event, ich habe noch mit Kunden gearbeitet, ich habe irgendwie Buchillustrationen gemacht, auch ein bisschen für Privatkunde. Ich hatte da so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe da aber überhaupt keinen Bock zu. Das ist sehr, ich weiß, dieses Privileg muss man erstmal haben, zu sagen, ich habe da aber keinen Bock zu werden. Ich habe richtig gemerkt, nee, wenn ich zeichne, dann muss es für mich sein, dann müssen es meine Sachen sein. Ich habe keine Lust mehr mit Werbekunden oder irgendwas. Früher ging das, aber jetzt sogar so, nee, das tut mir weh. Auch schön, wenn man das auch nicht mehr muss, auch eins. Ja, genau. Und dann war so der Moment, aber ich muss ja trotzdem, ich hätte gerne einen Grundstock, irgendwas. Und so, oh, weißt du, ich stelle mich jetzt einfach mal in die Kasse. Ja, klar. Und das war... Eine andere Sicherheit vielleicht auch. Total. Oder ist das in dem Fall gar nicht so relevant, weil die Verkäufe einfach gut laufen? Jetzt langsam wird es wieder so, aber da brauchte ich ein gewisses, das war halt gut, das waren halt nur diese 450 Euro. Aber zumindest die kamen im Monat rein. Ich wusste, die hatte ich erst mal. Ja, geil, meine Autoversicherung ist bezahlt. Ja, genau. Und mir hat das halt rückblickend, was mir auch nicht so bewusst war bis dazu, mir hat das total gut getan, einfach mal den Kopf abzuschalten, da hinzugehen. Das war ja auch nicht viel. Das waren so zweimal die Woche fünf Stunden. Ja, ich verstehe. Und da war ich immer so, ja, was machen wir mal? Oh ja, ein paar Tüten, brauchen Sie noch eine Tüte, soll es einbringen? Super gut. Und ja, und in der Zeit habe ich mir dann so ein bisschen überlegt, boah, was machst du jetzt? Halt auch wieder dieses, ich will Comics machen, aber wie kriege ich die auf ein Fundament, dass ich dabei nicht ausbrenne, dass das wirtschaftlich bleibt und Zeug. Und also ich habe dann schon gemerkt, okay, ich brauche aktuell was anderes. War schon mal an dem Punkt, wo ich es nicht brauchte, aber jetzt gerade ist es so. Und dann habe ich letztes Jahr, da hatte mich auch schon mal ein Kollege angesprochen, mit dem habe ich zusammen studiert, die machen, also ich unterrichte jetzt, aber auch nicht im Artbereich, sondern ich mache Production für Game, also Games Industrie. Die machen, also das sind Leute, die mal Game-Entwickler werden wollen, und ich bringe denen quasi bei, wie man ein Projekt von Anfang an bis Ende plant und eine Deadline hält und ich gucke mit denen drauf und erarbeite Zeit. Also genau das, was ich mit meinen Comics eigentlich mache, bringe ich jetzt anderen Leuten bei, da halt nur auf ein einfaches Produkt, aber so dieses, bist du dir sicher, dass dieses Level so groß ist? Du weißt, du hast nur noch einen Monat Zeit. Also ich merke schon, du machst auf jeden Fall noch viele Dinge nebenbei. Jetzt erscheint ja, wie gesagt, der sechste Band und das machst du jetzt in einigen Jahren. Das heißt, dein Publikum ist ja auch ein Stück weit mitgewachsen, oder? Kommen Leute auf dich zu, die schon von Anfang an dabei sind und jetzt auch wirklich am Ball geblieben sind? Ist das so, ja? Und hat sich da auch eigentlich irgendwas geändert? Hat sich denn die Serie, ist die Serie ja inhaltlich doch in irgendeiner Facette anders geworden, als du sie ursprünglich mal geplant hattest? Schon. Die ist, doch, die ist inhaltlich anders geworden, jetzt nicht im Kern, es ist immer noch dieselbe Geschichte. Aber ich würde sagen, der Ton hat sich ein bisschen geändert. Jetzt auch, es ist der vorletzte Band, so und das merkt man deutlich. Das wird, das ist ja gestartet als Action-Comedy. Die, wir gehen hier los und der Humor war, den muss man mögen. Okay. Also, der ist halt manchmal, ja, so, wir kloppen mal jemanden, haha, das ist funny, das mag nicht jeder, das ist mit Brust. Also viel, wirklich Ohrfein-Humor und so. Und das ist auch immer noch da und ich würde aber sagen, das ist ernster geworden jetzt mittlerweile. Immer noch nicht, also ich würde trotzdem nicht sagen, dass das jetzt, das ist jetzt trotzdem keine weltanschauliche, es ist immer noch Humor und halt ein Adventure, aber es nimmt sich ein bisschen. Greif. Ist gereifter, genau. Weil es aber auch aufs Ende zugeht, da sind halt mittlerweile auch durch die Figuren so eine Weile unterwegs, denen sind Sachen passiert und so, das macht was mit denen, das wäre komisch, wenn sich da nicht was tut. Und auch, weil meine LeserInnen sind älter geworden und ich auch, ich bin auch nicht mehr dieselbe und ich habe halt auch das ursprüngliche Ende, ich meine, ich habe das erdacht, da war ich Mitte 20 oder noch, das ist ja noch älter eigentlich so, da habe ich es mal überarbeitet und gesagt, ich fange damit jetzt an. Da war, weil ich ja edge und cool bin und so, das Ende war ursprünglich viel, viel darker und auch reprimierender, das ursprünglich, was ich machen wollte, das ist cool, so nie hinlisten. Und dann war ich so ein bisschen deprimiert und dachte, das kann ich nicht machen, das will ich nicht. Also, und ich habe, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein krasses Happy End wird, aber es wird okay im Sinne von, es ist nicht mehr auf diesem ganz low, wie ich es ursprünglich vorhatte, also, das kann ich nicht. Ich bringe, das kann ich nicht, deswegen, ich glaube, dann erwirkt mich auch jede Person, die das so lange mitgemacht hat. Das ist halt so, Karo. Deine Zielgruppe ist gereift, wie alt ist sie in deiner Betrachtung? Das war ja von Anfang an, eigentlich dachte ich ja an 14, 13, 14-jährige Mädchen hatte ich tatsächlich im Kopf, die vielleicht auch mal ein Abenteuer lesen, ganz ursprünglich. Dann habe ich ja schnell gemerkt, oh nee, es sind ja eher die Herren, 50, 60, die das am Anfang mehr gelesen haben, gerne mal zusammen mit ihren Töchtern. Und dann sind aber, glaube ich, auch aus der, gerade von der Convention-Ecke, sie mehr mit Manga-Publikum sind, Sudokomi und sowas, sind, glaube ich, so Anfang 20-Jährige dazugekommen, die jetzt so in den 30, ganz so ähnlich als ich halt. Also, Zielgruppe wahrscheinlich so um Ende 20, Anfang 30 immer noch, Anfang 20 funktioniert aber auch immer noch ganz gut. Nicht unbedingt die Teenies mehr von, ich glaube auch, weil inhaltlich immer noch cool, aber da brauche ich die Eltern, damit die denen das kaufen können, weil meine Bücher zu teuer sind. Auch da wieder rückblickend. Ich habe viel gelernt. Ich würde die Preisgestaltung anders machen, wenn ich jetzt nochmal anfange. Ist ja so. Und das ist ja auch eine Reihe, die auch Erfolge hat. Sie ist jetzt zum Beispiel, ist das Band 6, nominiert für den Ginkgo Award. Was bedeutet denn die Nominierung? Das ist voll cool. Das bedeutet mir vor allen Dingen, Sichtbarkeit, das ist wahnsinnig toll. Ich meine, wenn ich gewinne, wird natürlich noch besser, aber wenn ich die Nominierung, das ist halt, das ist Sichtbarkeit. Das ist so, man arbeitet so lange an einem Werk und das wird dann von einer unabhängigen Jury dann auch bewerten. Also, ja, das consideren wir vielleicht für eine Auszeichnung und das, was du da machst, wo du denkst, ja, ich glaube, das ist ganz okay. Okay, das finden wir auch ganz okay, ist super nice und ich werde auch sonst noch da sein, ich werde ein Foto davon machen. Wenn das dann mal, wir haben ja diese Leinwand, wo dann alles nochmal gezeigt wird. Ich freue mich da sehr drüber und ich muss auch sagen, ich freue mich sehr über die anderen Nominierten auch, weil das sind alles, bis auf eine Person, muss ich sagen, die ich alle kenne. Also, das sind alles KollegInnen, so, wo ich die Werke kenne und so entsprechen. Die man es auch gönnen würde, wenn die kenne. Absolut, ich bin auch, also ich gebe jetzt mal so ein Ding, ich denke, das wird Anna Backhausen mit, in meiner Kategorie mit Heimlich, Still und Leise. Also, wenn, auch alle anderen, aber wenn, wenn ich jetzt in der Jury wäre, auch zumindest, würde ich sagen, in der Kategorie, nee, gebt ihr den Preis? Das finde ich besser als mein Comic, doof gesagt. Also, ich finde meinen auch gut, aber so im Vergleich zu dem Werke, so, nee, das da würde ich auszeichnen, so. Hättet ihr ganz selbst gemacht. Ja, ja, tatsächlich, so, ja. Voll gut. Ja, Mensch, liebe Caro, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg, natürlich auch beim Ginko und ja auch beim Abverkauf. Ja, das muss jetzt alles weg. Das Wetter ist schlecht, ich will das nicht wieder zurück ins Auto schleppen, bitte nehmt mir Bücher. Was wird die nächste Messe sein, weißt du schon was? Dokomi. Dokomi. Genau, bin dieses Jahr noch, also in drei Wochen auf der Dokomi, dann anschließend ist die Animagic in Mannheim, glaube ich, dann ist noch geplant dieses Jahr die Polaris in Hamburg und die Wiener Comic Con, wenn ich richtig im Kopf habe. Wow, volles Programm. Ja, und auch noch, das ist aber noch nicht bestätigt, wenn ich nur ein bisschen mehr will, theoretisch die Max in Berlin, das ist auch, also da hoffe ich sehr, weil das Heimspiel, da muss ich nur, da komme ich mit dem Bus früh hin. Schön, schön. Und Konnichi würde ich gerne noch fahren. In Wiesbaden, Konnichi. Genau. Ja, da sehen wir uns vielleicht. Alles klar, liebe Caro, ich danke dir und viel Erfolg, bis dahin. Dankeschön. In der Comicszene, da gibt es auch eine ganze Menge Menschen, die ich ja gern als ComicbotschafterInnen bezeichne und ich glaube heute hier und jetzt sitzt so eine Person neben mir, denn ich habe seinen Namen ganz oft schon gelesen, wenn es um Comics ging. Ich habe ihn unter anderem gelesen als Redaktionsarbeit, die er geleistet hat. Er ist aber auch auf LinkedIn ständig bei irgendwelchen Veranstaltungen. Außerdem bringt er Menschen, scheinbar Studenten, irgendwelche Sachen bei. Ich glaube, er macht unfassbar viel. Und Speaker ist er auch noch. Und deswegen gucken wir einfach mal, was passiert. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hi, mein Name ist Klaus Schierwinski. Ich bin Comiczeichner und eigentlich bin ich heutzutage Storyboard Artist und ich bin nicht Redakteur. Du hast mich bestimmt verwechselt mit Klaus Schierkowski. Der Typ, der fast genauso heißt wie ich, aber bei einem großen Verlag arbeitet und da wirklich tolle Reaktionen, Redaktionsarbeit macht. Da komme ich, glaube ich, manchmal so ein bisschen durcheinander. Erzähl doch mal von deiner Comic-Vita. Vielleicht kannst du es mal so ein bisschen abholen. Seit wann machst du Comics? Was für Sachen machst du? Meine Güte, ich mache Comics seit 1998. Seit dem Comicsalon Erlangen 1998. Da bin ich mit einem kleinen Kopierheft hinhergekommen. Das war einfach nur ein Preview, eine Vorschau für meine tolle dreiteilige Serie Kopec, die heute niemand mehr kennt, die im Internet fast nicht mehr zu sehen ist, zu meinem Glück. Weil das war 1999, wo das erste Hälfte erschienen ist und dann 2000 das dritte auf dem Comicsalon Erlangen und seitdem habe ich meine Karriere im Zeichnen sozusagen und ich feiere dieses Jahr mein 25-jähriges Jubiläum als Zeichner sozusagen und habe dafür einen extra Print illustriert und gedruckt und ein Poster und limitierte signierte Auflage von 25 Stück kann man am Stand von Weißblech Comics erwerben. Sehr gut. Und ich feiere da so ein kleines bisschen, naja, meine Figur Kopec von damals und aber auch irgendwie mich selber, dass ich nach 25 Jahren immer noch zeichnen darf und irgendwie davon leben kann. Und als Weißblech erwähnt, kann es auch sein, dass ich dich auch schon auf Fotos gesehen habe bei Delfinium Prints? Ich weiß es nicht genau. Erzähl mal, bei welchen Verlagen bist du unterwegs und was kann man da aktuell von dir erwerben? Oh, bei welchen Verlagen bin ich aktuell unterwegs? Das ist tatsächlich nur Weißblech Comics in dem Zelt B in Erlangen und natürlich bei weißblechcomics.com. Da gibt es das Fantasy 3000 Heft, eine hervorragende Anthologie-Serie im Sinne von Heavy Metal Magazine und 2080 vom Weißblech Verlag mit Orks und mit Robotern und mit Monstern. Und ich habe eine vierteilige, Entschuldigung, eine vierseitige Kurzgeschichte geschrieben und illustriert, die heißt Das sind Monster. Und da geht es um den dritten Weltkrieg und Mensch-Tier-Hybriden und ist eine ganz kleine Geschichte nur. Aber ich wollte halt etwas in Publikation haben, wenn ich hier in Erlangen bin, weil Leute fragen mich, Klaus, was hast du gerade in Print? Und das ist momentan sozusagen alles. Ansonsten arbeite ich halt mehr im Storyboarding für Computergames. Da bist du natürlich bei einem Verlag gelandet, bei dem Weißblech Comics Verlag, bei dem das thematisch wie die Faust aufs Auge passt, was du da gerade erzählt hast. Erzähl doch mal so ein bisschen von der Zusammenarbeit, weil wir haben ja viele Artists, die auch diesen Podcast hören. Wie läuft das eigentlich mit dem Levi? Wie läuft das mit dem Levi? Also den Levi in Curio habe ich 1999 kennengelernt, als ich mein erstes Heft draußen hatte auf der Spielmesse in Essen beim Karikatoon Verlag. Gab es einen Stand und ich wusste, ich komme jetzt das erste Mal auf die Messe. Es wird hervorragend. Ich bin auf der anderen Seite, auf der anderen Seite vom Tisch und kann das erste Mal meine Comics verkaufen, meinen Weg zum Superstardom sozusagen eintreten. Und Manfred Ilsemann, der leider seit 2022 nicht mehr unter uns weilt, hat mich verlegt und hat mir die Tür geöffnet sozusagen in die Karriere. Und der hatte halt seinen Stand, da hat Comics verkauft, der hat eigentlich einen Comicladen gehabt und hat einen kleinen Schülertisch gehabt mit zwei kleinen Stühlen. Und da habe ich Platz genommen und dachte, okay, ich habe meinen kleinen Tisch hier, hänge meinen Poster auf. DIN A3 war das in Farbe sogar gedruckt, hat acht Mark gekostet, super teuer. Kostet heute alles irgendwie 50 Cent oder so. Aber sah bestimmt geil aus. Nee, die Qualität damals war ja auch nicht besonders gut. Und da habe ich mich da halt hingesetzt, habe gedacht, so jetzt wird es cool hier. Und dann kommt da dieser Typ an. Und der kriegt die Hälfte von meinem Standplatz, von meinem einen Meter, den ich hatte. Und unglaublich. Und er hat ja Comics da, die sind nicht mal in Farbe, die waren ja nur in Schwarz-Weiß. Sauf-Comics. Ging um Kiffen, Saufen und keinen Erfolg bei Frauen haben. Und mit zwei Sachen davon konnte ich mich gut identifizieren. Und ja, wir sind da Freunde geworden, der David und ich. Und der hat jetzt seinen Verlag, der feiert dieses Jahr 25. Jubiläum von seinem Verlag, als er sich Incorporated hat, sozusagen angemeldet hat. Und ja, das ist sensationell. Deswegen freue ich mich sehr, immer noch mit ihm befreundet zu sein und immer noch mit ihm Comics machen zu können. Wir werden ja den großen Kleinverlagsgipfel auch starten beim Comicsalon Erlang. Da werden auch die Mädels und Jungs, also insbesondere auch der Levi mit am Start sein. Der kriegt da ein großes Spezialinterview präsentiert und wird geil. Ich freue mich mega. Jetzt hast du gemeint, du bist Storyboarder, auch sonst noch so. Erzähl doch mal, was für Storyboards, in welche Richtung, wo bist du da unterwegs? Wo bin ich da unterwegs? Ich habe das Glück, im AAA-Bereich zu arbeiten. Also meine ersten Storyboards war für Crytek 2 von der Firma Crytek aus Frankfurt und ja, habe dafür gearbeitet, habe aber auch Konzeptart gemacht, Freelance für andere kleinere Firmen und bin dann irgendwann auch angestellt worden bei Crytek, tatsächlich für Rise, Son of Rome und bin dann von da weitergegangen, wieder ins Freelancen und habe an Titeln gearbeitet wie Hitman, wie Horizon Forbidden West oder als letztes Avatar Frontiers of Pandora, das glaube ich vor einem halben Jahr rausgekommen ist, 2023, 2024. Wunschst du da auch im Rhein-Main-Gebiet oder wohnst du ganz woanders? Ich komme gebürtig eigentlich aus dem schönen Minden an der Weser in Nordrhein-Westfalen, habe dann in Bielefeld gewohnt, was tatsächlich existierte zu dem Zeitpunkt noch. Jetzt kann ich natürlich meine Hand dafür nicht mehr ins Feuer legen und wohne inzwischen in Amsterdam in den Niederlanden. Und ich habe gesehen auf LinkedIn, dass du auch bei verschiedenen Veranstaltungen bist, dort auch präsentierst, auch Speaker bist, habe ich es richtig gesehen. Vielleicht kannst du mal davon erzählen, scheinbar kommst du gut rum, was machst du da? Ich komme ganz gut rum, ja. Also früher habe ich halt bei der Volkshochschule Zeichenkurse gegeben. Inzwischen sind meine Workshops oder meine Sessions, die ich gebe, gerne auch beim SAE-Institut. Die haben sehr viele Niederlassungen in ganz Deutschland. Das ist eine Schule für Game Design, Animation, Cinematography und all diese tollen Sachen. Und ich spreche denn da entweder über Storyboarding für AAA Cinematics, also für die Videosequenzen innerhalb eines Computerspiels oder spreche halt über die Karriere als Zeichner. Weil das ist eine Sache, die wird sehr, sehr wenig unterrichtet und sehr, sehr wenig kommuniziert. Und wir Zeichner gehen halt sehr, sehr blauäugig an die Sache ran normalerweise. Wir sagen, wir wollen nur zeichnen. Geld ist Nebensache. Aber Geld wird irgendwann zur Hauptsache, weil wenn die Kohle alle ist, können wir nicht mehr zeichnen. Das heißt, wir stehen am Markt nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, ich möchte, dass alle Leute, die zeichnen und es gerne tun, das als Karriere auch besonders wollen, dass die Geld damit verdienen und dass sie das richtig machen. Weil, wie gesagt, wenn die ihr Zeug nicht online zeigen, kann ich nicht ihr Fan werden. Und wenn die irgendwann sagen, ich muss jetzt bei Lidl die Kisten wieder packen, dann habe ich halt keine Zeit mehr zu zeichnen. Die machen weniger Output. Das ist doch so schade für mich dann. Ja, vor allem klingt das auch was wie was. Ein großes Thema in der Gaming-Branche ist ja gerade dieses Thema Crunch. Also dieses sich quasi zu unverhältnismäßigen Arbeitsbedingungen letztlich totarbeiten, könnte man fast schon sagen. Hast du da auch Erfahrungen in der Richtung? Ist das in Deutschland auch der Fall? Das wird in Deutschland auch gemacht. Ja, bei Rise, Son of Rome war es schon ein bisschen crunchy so am Ende. Das war heftig, aber das Spiel ist pünktlich rausgekommen. Es gibt natürlich eine Sache, die nennt sich Feature Creep. Das heißt, die Features, also die Elemente, die in dem Spiel drin sind zum Beispiel, dass man bestimmte Waffen benutzen kann, ein Reittier hat oder sowas, ist ein Feature von dem Game. Und Leute haben immer viele Ideen. Und wenn Leute viele Ideen haben, kriechen die so rein in das Spiel. Und können wir nicht auch das machen? Können wir nicht auch das machen? Können wir nicht auch, dass das Wetter sich ändert? Können wir nicht auch, dass diese NPCs das und das können? Und das kriecht da so rein, da gibt es ganz viel zu tun. Und am Ende ist dann einfach so viel noch zu tun. Aber nur noch so wenig Zeit über und dann muss man halt ein bisschen crunchen. Oder auch ein bisschen mehr, 60 Stunden, Wochen teilweise. Und das ganze zwei Monate am Stück für Leute. Das sollte man natürlich nicht mitmachen. Ich war damals, als ich bei Crytek war, schon alt genug, um das nicht mitzumachen. Aber ich bin halt auch im Storyboarding. Das ist Pre-Production. Das heißt, wenn es ans Crunchen geht, dann bin ich schon fertig. Und wenn es heißt Pre-Production, dann geht es ja wahrscheinlich auch viel einfach um die Artworks, um die Designs. Inwiefern bist du im eigentlichen Game Design mit involviert in deiner Arbeit? Im Game Design, da treffe ich keine Entscheidungen. Da nehme ich Informationen entgegen. Das heißt, ich kriege ein Skript. Wir wollen eine Szene spielen lassen, eine Cinematic, eine Cutscene, wie man die auch nennt. Und ja, irgendwie müssen wir die einbauen in das Spiel, in den Level sozusagen. Gibt es einen Trigger-Point. Du läufst mit deinem Charakter wo lang? Das ist ein Trigger. Und schon geht deine Cutscene los und der Spieler hat keine Kontrolle mehr und sieht dann diese Videosequenz sozusagen. Die aber real-time ausgerendert wird, wird in der Engine in dem Moment. Die ist nicht vorher aufgenommen. Früher war das so, heute ist das nicht mehr so. Und ja, dann muss ich mit Level-Designern und Game-Designern sprechen und sagen, ey, haben wir hier Platz für eine Cutscene? Oh nein, da zeigt jemand in der Cutscene auf ein Schloss. Da sollst du als nächstes hingehen. Aber von dem Ort, wo die Cutscene stattfindet, kann ich das nicht sehen. Da ist ein Baum im Weg. Vielleicht können wir den Baum ein bisschen verlegen. Und dann sagt jemand, nein, geht nicht, wir brauchen Deckung. Fürs Combat brauchen wir Deckung, weil da später ein Kampf stattfindet. Dann sage ich, okay, kann der Baum sich vielleicht verwandeln in a crate? Also in eine Box oder irgendwie einen Wagen, der da steht. Sodass wir noch oben drüber sehen können, wo du hingehst, aber du kannst trotzdem Deckung dahinter nehmen. Und dann schütteln wir die Hände und dann sagen wir, okay, so machen wir es. Und dann versuche ich halt möglichst wenig extra Arbeit zu erzeugen für all die anderen Disziplinen, mit denen ich interagiere. Wir hatten ja eben auch die Molly da und die Molly hat sich mit uns auch in Teilen über die, über Pan-Media war glaube ich der Begriff, also quasi Cross-Media unterhalten. Das habe ich auch bei einem Panel gehört auf der Frankfurter Buchmesse, in dem quasi gesagt worden ist von einem, das war der Chef von Audible Amazon. Und der hat gesagt, die erfolgreichsten Produkte sind die, die in verschiedenen Gattungen, in verschiedenen Medien stattfinden. Also meinetwegen Bücher und Hörbücher, die gleichzeitig am besten noch im Spiel sind und im Comic und hast ja nicht gesehen. Hast du da auch Erfahrung, kannst du das bestätigen? Sind beispielsweise Comics zu Games das Ding oder sogar andersrum Games besonders erfolgreich, die schon eine Comicvorlage haben? Hast du da Erfahrung in dem Bereich? Naja, es gibt natürlich Sachen wie The Witcher, halt ein Game, was eine Romanvorlage hat. Sehr erfolgreiche Fantasy-Roman, sehr in Polen gewesen ist und dann für sehr günstig eingekauft worden ist, weil der Autor dachte so, naja gut, die machen ein Computer-Game, das wird eh nie erscheinen. Da nehme ich eben die Kohle und später ist es riesig groß rausgekommen, ganz genau, CD Projekt Red. Crytek hat zum Beispiel für Rise, Son of Rome, rein zufällig, weil ich da arbeite, ich habe es natürlich vorgeschlagen, ein In-Game-Comic gemacht. Also wenn man durch Rise, Son of Rome durchspielt, gibt es halt Collectibles und die erzählen dir eine Comic-Geschichte. Ich habe also Comic-Seiten gezeichnet und koloriert und lettern lassen. Ich habe das ganze Team zusammengestellt mit Outsourcing und selber auch alle Seiten gezeichnet, über 50 Seiten. Wer also das Spiel spielt, kann richtig schöne Comic-Seiten davon sehen. Einmal wurden ein paar Seiten davon tatsächlich publiziert, sogar auf Deutsch von Rise, Son of Rome, in einem Sammelband von mir, der natürlich bei Weißblech erschienen ist. Ungeheuer 2 war das, glaube ich, ist aber gerade ausverkauft. Levin muss das mal wieder auflegen, glaube ich. Aber ja, Cross-Media ist eine klasse Sache, dass die Story, die jetzt im Fantasy 3000 ist bei Weißblech, die möchte ich gerne auch als Storyboard ausarbeiten, als Animatic zusammenschneiden, mittonen und dann gucken, ob ich davon nicht einen animierten Kurzfilm erzählen, bauen lassen kann, sozusagen. Dafür brauche ich ein bisschen Förderung, da gucke ich jetzt rein, deswegen fahre ich als nächstes auch nach Annecy auf die Animationskonferenz. Molly, Hedy Carroll fährt ja auch hin, ich storyboarde gerade ihren zweiten Teil zu ihrer Zenibis-Serie und wir gucken uns da ein bisschen um und machen ein paar Connections. Und bist du als Storyboarder eigentlich auch in irgendeiner Form noch beim Charakterdesign beteiligt oder eben eigentlich nicht, weil der steht schon lange und du musst nur noch quasi die Szene mit den Figuren umsetzen? Mal so, mal so. Manchmal kriege ich eine Vorlage hier, das ist Kotalo von Horizon Forbidden West, der sieht ungefähr so aus, wenn du den zeichnest, mach den so, dass er erkennbar ist. Und manchmal ist es aber auch so, vielleicht für den Trailer, den ich gemacht habe für Civilization VI, da gibt es eine, für den zweiten DLC oder den ersten DLC-Trailer für Civilization VI habe ich Storyboards gemacht und da gibt es eine Szene im Kolosseum und da ist ein Tochtercharakter und die hat halt so ein Kleid an, so ein römisches Kleid, weil Gladiatoren, Rom und so weiter, nicht? Das habe ich halt gezeichnet. Ich glaube, das habe ich aus dem Buch das Design von So lebten sie zur Zeit der alten Römer. Das sind so eine Serie von illustrierten Bändern für Jugendliche, aber alles wissenschaftlich belegt. Und davon hatte ich einen ganzen Satz von diesen Büchern, so lebt sie zur Zeit der Wikinger und so weiter. Und da habe ich das Design rausgenommen, habe das da eingebaut und das wurde von meinem Storyboard eins zu eins übertragen und wenn man das finale Ding sieht, dann sieht man, ja, das ist genau das Design, was ich gemacht hatte. Ich war also auch Concept Artist, aber das haben die dann umsonst mit dazugegeben. Da wurde ich nicht bezahlt. Das war in den Storyboards mit drin. Also man sollte sich auf jeden Fall buchen, weil man mehr kriegt, als man gebucht hat. Sehr gut. Du hast gemeint, du machst es schon seit ein paar Jahren und was mich natürlich total interessiert, ist auch ein bisschen die Frage, ob sich ein bisschen was geändert hat an der Art und Weise, wie du meinetwegen die Storyboards darstellst und dann damit auch die Cutscenes. Haben sich die Sehgewohnheiten des Publikums im Laufe der letzten Jahre in irgendeiner Form geändert, sodass du anders an die Präsentation von den Inhalten gehen musst, als du das noch zu Beginn deiner Karriere musstest? Uh, das ist eine sehr große Frage und ich glaube, da kann ich diametral, analytisch gar nicht jetzt eine Response geben, um das mal so hochtrabend zu sagen. Also über die Zeit gesehen sozusagen, weiß ich nicht genau, wie sich das verändert hat. Kürzere Schnitte beispielsweise, mehr Action, mehr Details auf dem Bildschirm. Ist das überhaupt der Fall oder nicht? Oh, ich würde sagen nein tatsächlich, aber das hat bestimmte Gründe, weil mehr Detail ist nicht mehr gut. Wichtig ist, dass man die Story versteht. Das ist wie wenn jemand super schnell spricht und denkst du, wow, du kriegst mehr Inhalt. Aber nein, tatsächlich wird alles viel besser verständlich, wenn ich langsamer rede und präziser spreche und genauso müssen wir das halt auch in der Bildsprache machen, sodass wir den Kunden nicht verlieren. Natürlich müssen wir heutzutage in der schnelllebigen Online-Welt innerhalb von ein, zwei Sekunden. Aufmerksamkeitsspann ist das Zauberwort, ja. Ganz genau. Die Leute einfangen und wenn die dann da sind, dann haben wir sie. Mhm. Und das ist der Trick dabei, aber das sind die Schnitte für, gerade für Trailer. Für Cinematics ist es halt so, dass die Leute eh im Spiel sind und die triggern jetzt die Cutscene und natürlich müssen wir es auch dann interessant gestalten und können nicht irgendwie eine Minute lang rumfaseln und Worldbuilding machen. Wir wollen Story erleben, die Leute wollen ein Computerspiel spielen. Wenn ihre Cutscene länger dauert als drei Minuten, konsultieren sie ihren Arzt oder Cinematic Director. Verstehe. Dann ganz gutes Beispiel. Letzte Frage auch zu dem Punkt. Was ist die geilste, letzte Cutscene, die du zuletzt gesehen hast, an der du nicht selbst beteiligt warst? Was fandst du mal wieder richtig gut? Wow, an der ich nicht selber beteiligt war. Meine Güte. Da gibt es garantiert was, was ich letztens gesehen habe. Aber kommst du nicht so auf zum Zocken? Nee, ich spiele gar keine Computerspiele. Ich habe da gar keine Zeit für. Entweder arbeite ich für Kunden oder ich entwickle mein eigenes Material oder ich habe halt ein kleines bisschen Freizeit. Und deswegen komme ich gar nicht sozusagen zum Zocken. Ich bin happy, wenn ich mal dazu komme, einen Weißblech-Comic zu lesen oder ein anderes tolles Heft. Okay, dein aktuelles Projekt vielleicht von dir, was wir demnächst irgendwo sehen können? Okay, muss ich kurz mal drüber nachdenken. Was man schon sagen darf. Ja, das ist halt das Problem. Das kann ich nicht sagen. Das andere weiß ja auch noch nicht, ob es produziert wird, weil es gibt manchmal so, manchmal gibt es NDAs und manchmal gibt es Pitches und die Pitches werden nicht genommen. Und auch wenn ich dafür bezahlt werde, kann ich später nicht sagen, oh, ich habe jetzt für, sagen wir mal, Pokémon gearbeitet. Aber weil der Pokémon-Trailer nicht genommen worden ist, schade, habe ich leider nie gemacht. Habe ich dafür gezeichnet, habe ich Geld dafür gekriegt? Vielleicht ja. Kann ich darüber reden? Nein. Werden wir es niemals wissen? Nein. Alles klar, ein großes Mysterium. Lieber Klaus, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für die ganzen Einblicke auch zu dir und deiner Arbeit. Und ich würde dir noch weitere tausend Fragen stellen wollen, unter anderem auch zum Salon selbst. Aber leider ist unsere Zeit vorbei und ich muss hier aus dem Raum raus. Ich danke dir vielmals und wünsche dir weiter noch viel, viel Spaß. Dankeschön und ich sage natürlich alle Leute einfach mal gucken auf storyboardklaus.com. Das ist meine Website, storyboardklaus mit K. Ganz einfach, so findet man mich auch auf Instagram und da kann man ja gucken, wie ich arbeite und einen richtig coolen Trailer auch sehen, storyboardklaus.com. Keine Sorge, denn wie immer sind alle relevanten Links zu den Gästen hier in dem Podcast, in den Shownotes. Keine Sorge, schaut mal ein bisschen nach unten, da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Bis dahin. Ciao. Dankeschön. 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 Danke. 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 Dankeschön. Danke. mit altem Soul und Mod-Musik beschäftigt und das war eine sehr wichtige Periode in meinem Leben und die auch noch bis ins Heute strahlt und da habe ich dem Ganzen mal ein Denkmal gesetzt damit. Lieber Tobi, ich habe dich gerade abgeholt in deiner Ausstellung, die es hier beim Salon in Erlangen gibt, denn zu deinem aktuellen Werk Kolumbus Straße gibt es, wie gesagt, eine Ausstellung, die kann man sich hier anschauen, wenn wir Glück haben, vielleicht nochmal irgendwann irgendwie irgendwo anders, aber scheinbar ist Carlsen genau wie ich der Meinung, dass es ein Buch ist, das man präsentieren muss, wo man auch viel zu erzählen kann und tatsächlich ist allein schon der Prozess der Erstellung des Comics, der Kreativprozess allein der ist so umfangreich, wie es scheint wir müssten da mal unbedingt drüber reden. Lieber Tobi, was ist Kolumbusstraße? Kolumbusstraße ist eine Straße in Düsseldorf da steht das Haus, wo mein Vater geboren ist, ich habe da als Kind auch noch gespielt, es ist als Buch, es ist eine Familiengeschichte, die zehn Jahre eigentlich abreißt, eigentlich zwischen 1935 und 1945 also die Kriegsjahre Ausgangspunkt war eigentlich ein Gespräch, das ich mit meinem Vater geführt habe ich habe mir auf einer langen Zugreise erzählen lassen, wie er also seine ganze Lebensgeschichte eigentlich erzählen lassen inklusive eben dieser Kriegsjahre und ich fand das so beeindruckend dass ich damals schon dachte, ich muss da irgendwann mal was mitmachen nach seinem Tod habe ich dann neben diesen Erzählungen die ich aufgenommen habe auch sehr viel Material gefunden aus seiner Familie alte Briefe aus Russland von seinen Onkels aber auch Lebensläufe wahnsinnig viele Dokumente Fotos und das war ein solcher Wust an Material dass ich dachte jetzt muss ich wirklich was damit machen und fühlte mich auch regelrecht verpflichtet weil ich auch natürlich weiß, dass in vielen Familien nicht so viel übrig geblieben ist einfach und da habe ich dann wie gesagt diese Geschichte daraus entwickelt und was war die Motivation für dich diese wirklich auch sehr umfangreich und vor allem auch sehr umfangreich recherchierte Geschichte letztlich zu erzählen was war so der ausschlaggebende Grund war es daran die private Motivation oder hattest du irgendwelche sage ich mal Dinge, die du unbedingt publik machen wolltest erzähl mal was war die Motivation naja einerseits das Bewahren von Geschichten weil wir natürlich auch in einer Zeit leben, wo die Zeitzeugen, die an diese wichtige Zeit erinnern können ja es nur noch wenig davon gibt weniger werden ja und auf der anderen Seite habe ich mir natürlich auch Sorgen um das gesellschaftliche Klima gemacht als ich so mal damit angefangen habe das war eigentlich so 2015 da war natürlich Rede von der großen Flüchtlingskrise in Anführungszeichen und ich habe ich habe halt war halt sehr irritiert darüber wie wie unempathisch die Gesellschaft schnell wurde und auch vergessen wurde dass es halt noch gar nicht lange Zeit her ist dass es da Millionen Flüchtlinge innerhalb von Deutschland gab und natürlich eine Erstarken der Rechten all das waren Dinge die die mich natürlich zusätzlich motiviert haben da auch meinen Beitrag meinen gesellschaftskritischen Beitrag auch zu leisten mit dem Buch und es ist wirklich eine sehr umfangreiche sehr lange Geschichte nicht ohne Grund haben wir diese Ausstellung vielleicht kannst du mal wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Zeit zusammenfassen was da alles drin steckt welche Familienländer wir kennen über welche Orte reden wir auch ich habe eine Karte gesehen mit also über ganz Europa war das verteilt bisschen nach Russland das muss auf jeden Fall eine riesen Mammutaufgabe gewesen sein vielleicht kannst du uns erstmal kurz zusammenfassen was wir in Kolumbus Straße eigentlich direkt erleben und welche groben Dinge wir da mitnehmen es ist ja kurz zusammenfassend ist so eine Sache schwierig ist echt ein Riesenbuch weil es sind halt ich habe versucht sehr viele Aspekte dieser Zeit anzusprechen also Erziehung natürlich die wie ja die die Nazi-Ideologie und und seine das Regime eigentlich alle Bürger Deutschlands nach und nach mit in die Verantwortung gezogen hat und dass sich da eigentlich kaum jemand rausziehen konnte und wenn er es getan hat eben wie Ewald Huth dessen Geschichte ich ja auch erzähle es dafür dann mit diesem Leben bezahlt hat also es sind sehr sehr viele Aspekte ich habe eben um auch diese Zeit zu verstehen mir war es halt extrem wichtig heutzutage denken wir auch leider wieder sehr viel in Schwarz und Weiß und das ist eigentlich das Erste was ich gelernt habe dass man eigentlich erstmal eine Situation und ein System verstehen muss um zu begreifen warum die Menschen darin so handeln wie sie es tun und gleichzeitig dass es eben nicht Schwarz-Weiß ist wir stellen uns das so vor da gibt es all die Nazis und all die Mitläufer und eine ganz kleine aufrechte Gruppe der Widerständler aber es ist halt eben nicht so Schwarz-Weiß es sind ganz viele meistens sehr dunkle Grautöne und dafür muss man halt das System verstehen und dafür muss man es halt auch sehr in die letzten Schichten auch inklusive Erziehung auch beschreiben Okay das heißt also ein Abbild ein historisches Abbild zu schaffen von der Gesellschaft und in den Jahren die wir hier erleben können um dann dafür auch eine Feinfühligkeit entwickeln zu können als lesende Person deines Buches Ja und auch vor allen Dingen zu zeigen wie dass viele Akteure dieser Zeit auch deren Handlungsbereich eigentlich auch sehr eingeschränkt war weil vorher schon die Weichen entsprechend gestellt worden sind ich erzähle auch immer gern da dass mein Onkel dann nach Russland ziehen musste also es wurde ihm befohlen er wurde er war natürlich vorher in der Hitlerjugend und ist da wahrscheinlich auch nicht allzu kritisch hingegangen aber die Entscheidung davor ist halt schon vorher getroffen worden nämlich 1933 und da war der halt zwölf Jahre alt der hatte halt so überhaupt kein Mitspracherecht über die Jahre die darauf folgen sollten und das wollte ich halt eigentlich auch mitgeben also wie weit entscheiden wir heutzutage über die Generationen die uns nachfolgen auch also das sind alles Dinge Dinge die ich die ich mit dem Buch so ein bisschen beschreiben wollte während ich eigentlich über eine ganz andere Zeit schreibe auf den wie viele Seiten sind es 529 hat jetzt hier meine Datei also deutlich über 500 Seiten steckt da wie du selbst sagst unfassbar viel drin das sind auch meine Eindrücke und mich haben zwei Sachen besonders fasziniert bei der Lektüre zum einen das hatte ich ja im Vorgespräch schon gesagt es muss ja relativ viel Zeit auch in die in die Recherche zur Architektur geflossen sein wir sehen ja sehr viele Städte wir sehen sehr viele ja einfach Häuser wir sehen aber natürlich auch bekannte Gebäude von Städten und so erzähl mal wie bist du da rangegangen diese unfassbar vielen Gebäude so detailreich darstellen zu können es gibt halt zum Glück sehr viele Postkarten aus der Zeit also die waren ein sehr wichtiges Referenzmaterial ich fand es halt sehr wichtig diese Architektur auch mit abzubilden auch zu zeigen dass das nicht irgendwie eine Zeit war die irgendwann mal passiert ist und das ist vorbei sondern diese Gebäude gibt es alle noch das hat sich also alles wirklich abgespielt diese Mauern haben das quasi gesehen als Zeitzeugen aus Stein gewissermaßen das war mir halt eben wichtig eben dass Leute auch ihre Städte wiedererkennen also und sich da auch in diese Zeit darüber hineinversetzen können es schafft auf jeden Fall auch eine gewisse Nähe zum Publikum das dann Identifikation oder Umständen in den Orten halt hat das ist klasse was auch eine Identifikation schafft ist und das geht sich mit einer gewissen Fiktionalisierung auch einher ich finde es gibt sehr viele von diesen Momenten wo es menschelt sag ich mal also so Momente wo wir auch mal so Handgriffe sehen ich habe jetzt exemplarisch einfach mal eine Seite 55 offen wir sehen jemanden eine Familie die bedrückt auf den Esstisch start jemand eröffnet einen Brief und das sind so Sachen die hast du vermutlich in keiner Erzählung deiner Eltern gehabt die hast du vermutlich auch in keinem anderen Brief so beschrieben gehabt wie bist du daran gegangen das ganze diese fiktionalen Anteile da rein zu packen auch wahrscheinlich eine Geschichte Geschichte wolltest du wahrscheinlich erzählen erzähl mal so ein bisschen welchen Anteil hat das im Skript vielleicht auch gehabt diese menschelnden Momente da drin zu haben ja also ich glaube wenn man Empathie mit den Figuren aufbauen will dann muss man sie auch muss man sie auch verstehen und man muss da auch Dinge von sich selber drin wiedererkennen diese konkrete Szene mit dem Brief ist tatsächlich aber natürlich weiß ich nicht wie und wann der den Brief aufgemacht hat aber das ist halt ein konkreter Brief wovon ich dann halt auch den Briefumschlag noch habe den Briefumschlag habe ich dann auch eingescannt und da in die Seite rein montiert auch um zu zeigen das sind ähm fußt alles auf konkreten Dokumenten diese teilweise habe ich Dialoge aus Briefen raus entnommen und dann in Dialog reingebaut ich habe halt versucht mich den Figuren so nah wie möglich zu nähern also eben über ihre Briefe und also auch wirklich ihnen das Wort zu überlassen aber natürlich musste ich auch ähm eine lesbare Geschichte bauen und und dafür ist es halt eben auch wichtig dass der Leser sich mit den Figuren identifiziert und auch Dinge von sich selber drin wiedererkennt gab es eigentlich Figuren von denen du keine Fotos und Vorlagen hattest die du fiktionalisieren musstest ähm ausdenken musstest das war tatsächlich die Familie Hut also ich wusste wie der ähm wie der Vater aussieht da gibt es halt Material im Internet aber das äh wie die Familie eigentlich aussieht das habe ich äh dann später eigentlich als ich dann Kontakt mit der Familie bekommen habe die Tochter lebt auch noch da konnte ich mich noch unterhalten was ein unglaubliches Geschenk gewesen ist da habe ich dann eigentlich gesehen wie die tatsächlich ausgesehen haben ich habe es dann aber so gelassen wie es ursprünglich war ähm auch um mir da eine gewisse ja also um um die in gewisser Maße ein bisschen zu schützen das ist ein Comic der sich aus den offensichtlichen Gründen ähm auch für eine Sache sehr gut anbietet nämlich für Lesungen ich kann mir sehr gut vorstellen dass das was ist was sowohl als Zeitzeugnis zum Beispiel an Schulen funktionieren kann was aber auch mit dem Aspekt des äh nicht Vergessens und des äh auf meinetwegen Aufarbeitens und eben auch des Warnen vor Rechtsruck meinetwegen auch ähm sich sehr gut eignen würde um es an beispielsweise Schulen und anderen Institutionen zu zeigen ist das angedacht ist das ein Plan die Lesung zu machen ja also ich direkt nach dem Comicsalon fahre ich weiter nach Stuttgart habe ich eine Lesung äh in der Bibliothek auch zusammen äh hat jemand organisiert der mir auch bei der Recherche geholfen hat das ist dann auch mit zusammen mit Gedenkstätten also mit dem Hotel Silber und ähm so geht das dann auch weiter also ich äh mache jetzt eine ganze Promotour mit Düsseldorf äh wo das Haus der Geschichte das äh unterstützt äh es geht dann noch nach Hamburg Köln Berlin und äh das geht aber auch so weiter bis in den Herbst hinein da ist dann auch schon was in Weimar mit der Gedenkstätte Buchenwald zusammen geplant also und in Wesel also da wird es einiges geben noch auf das wir uns freuen können ja sehr gut du bist ja hier beim Salon auch eingespannt in verschiedenen Aktionen nicht nur die Ausstellung nicht nur die Signierstunden die es auch mit dir geben wird du hast auch Panelbeiträge hier vielleicht kannst du da mal kurz erzählen auch wenn das zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung alles schon vorbei sein wird aber in welcher Form bist du hier noch eingebunden beim Salon ja es gibt vor allen Dingen ein Panel ähm wo wir äh über historisches erzählen äh sprechen das ist zusammen mit Charlotte Schalli die ja ein großes ähm Projekt internationales Projekt äh gestartet hat um Zeitzeugen mit Illustratoren innen äh zusammenzubringen zeichnen die dann zusammen die Geschichte der Überlebenden eines äh Genozides äh erzählen wollen da bin ich auch involviert das ist eines meiner nächsten Projekte wo ich den äh syrischen Flüchtling begleite und mit dem dessen Schicksal aufzeichne darüber werden wir sprechen äh Lika Nüssli ist auch dabei äh die hat sich auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und sonst ähm gibt es noch äh bin ich halt mit auch bei der Ausstellung äh wie geht es dir vertreten und äh naja dann es wird auch glaube ich noch viel spontan passieren da bin ich auch mal gespannt drauf ja sehr gespannt könnt ihr auch sein liebes Publikum auf Kolumbusstraße ganz aktuell erschienen ich glaube ziemlich genau ab heute darf ich offiziell darüber berichten ich habe so ein Embargo gehabt auf geht's ähm guckt da unbedingt rein äh holt es euch ähm wenn ihr Glück habt könnt ihr den Tobi auch nochmal erwischen wird es auch Signierstunden geben ist da was angedacht jaja jeden Tag also außerhalb von Erlangen meine ich jetzt achso ähm bei den Lesungen halt da werde ich natürlich dann im Anschluss gerne die Bücher signieren und noch was reinzeichnen ähm konkrete Signierstunden reine Signierstunden Buchhandlung äh ja ist noch nichts konkret angeplant mache ich aber natürlich gerne wenn es da Interesse gibt wenn ein Buchmesser oder so ansteht vielleicht ja ja bestimmt ja sehr gut lieber Tobi das war's auch schon ich danke dir viel 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 vielmals für diesen leider auch sehr kurzen aber ultra interessanten Einblick in das Buch in die Geschichte vom Buch und natürlich damit auch ein Stück weit in die biografische Aspekte von dir natürlich auch vielen Dank und weiterhin viel Erfolg mit deinem Buch hier beim Salon sehr gerne vielen Dank ciao tschüss das letzte Interview für den Donnerstag hier beim Comicsalon in Erlangen das haben wir jetzt und wir sind wieder in der Bibliothek und ich freue mich sehr jemanden begrüßen zu dürfen der heute Morgen empfohlen worden ist sie veröffentlicht ganz viele tolle Sachen bei Splitter und es fällt mir wahnsinnig schwer manchmal die Schönheit von Comics zu beschreiben weil die Schönheit von Comics sich ja nicht nur im Artwork sondern für mich auch viel in der Stilistik und im Erzählen darstellt ich finde das was ich hier gesehen habe wahnsinnig schön und ich freue mich sehr dass sie da ist hi my name is Andy and who are you hi I'm Emily Young hi Amy wow there's so much great stuff I can see here I got three nice books from Splitter because that's what they do they do nice very nice books I agree and I got a so called Leseprobe I don't know the English term for Leseprobe a short excerpt or whatever from the fourth comic we can get here in Germany did you always work together with Splitter or any other German publisher so far it's just Splitter and I'm very happy with them so I might stick around so please do me a favor and introduce yourself to the audience okay well I'm I'm Andy Young and I'm a Dutch author of comics I started drawing comics a very long time ago I think it was in 2011 when I had a daily comic strip in a newspaper in the Netherlands and that was fun but very soon I thought I need more than this so I started making graphic novels so there are a couple books of mine translated to German not all of them but I think the best ones are and and I think the yeah the most well-known is Days of Sand Tage des Sandes which is a historical comic which is also my favorite as far as I know your work it's one of the one of the things I really recognized are the the human moments the emotional moments because I see there's lots of interesting interaction between the characters and the figures would you say this is one of your specialties I do care about the characters I care about them going through changes and going through experiences that change them so for example on the first page of each of these books the character is very different from the last page of the book because the character goes through maybe dramatic things maybe love maybe new discoveries and so I would say it's very different from a comic like Asterix or Tintin where you can just you know skip three albums and the characters are still the same you know in my books if something bad happens that will definitely influence them and maybe change everything they did until then and also the interactions like you say are very important so the people they meet who have strong influences on them and it could be positive or negative could be both you know so it's I think it's very close to reality in that sense in the last book he released in Germany the German title is 60 mal Frühling im Winter we get to know a story of a 60 year old woman experiencing herself in new ways and I think there are lots of for example there are lots of there's lots of intimacy in these books is it hard for you to do such scenes or is it something you're just a natural talent I don't know I have to say it's a bit uncomfortable when I'm drawing it because in many of these books there are scenes where people make love and they're often not the perfect body type let's put it that way which is very important to me because I also want to break the taboo of imperfect bodies and in this case it's a woman who's 60 years old so you know she had like the most beautiful years are behind her and so I'm drawing these scenes and I have to say sometimes it's uncomfortable but I'm also enjoying it because it's it feels like it has to be done you know to change the image of the body and change the image of love and so it's also it gives me something back so when I publish books like this I always feel like I'm glad it exists you know so you wanted to change the picture of a perfect body the ideal body so what was your inspiration doing such a specific story because I'm pretty sure it's the kind of story you usually don't get anywhere else especially not in the film or even in the comic industry what inspired you doing this one so this one was written by a scenario writer Ingrid Chabert she's French and she actually based the story on a story of a friend of her so it's of course it's fictionalized some parts are fiction but the main story is really based on this real person and so roughly the story is a woman who turns 60 on her 60th birthday decides to leave her husband and her family and go away in an old van which is really fun to draw and she just parks on a parking lot and sees what life gives her so she basically leaves everything behind and she then discovers that she has feelings for another woman so it's a very coming of age story and for me when I read this script I was really inspired I really thought wow this is you know one of those books that I need to make because you know for me personally I've had so many moments where I thought oh I'm gonna drastically change my life in every way you know I'm gonna become a vegetarian I'm gonna you know I don't know move town move to another country and I never did it because I'm just I don't know lazy or scared or whatever and this person does it and so for me it's also kind of like a hero brave she's brave she's really brave yeah yeah so please tell us something about the creation process you already mentioned the author and how did you get to know each other was there a book before or did you create this as an original story how please tell me something about the creation process yeah so actually I didn't know Ingrid's work before she contacted me so she she contacted me on a festival like this and she came up to me and said that she read my previous books and that she really really loved it and it was a perfect style for this story so that's when we met and I read her story and I really loved it and the process is often very difficult because as a writer you want to be as detailed as possible of course because you have this image in your head of how things should look but then again if you are super detailed then there's not much work for me left to do you know as an illustrator because you know I want to make some choices myself you know if you as a writer would write well the van is blue and it has a red chairs then I'm just you know I'm just working for you basically drawing for you it's much more fun for me to to receive a script where the writer says well she has a car you pick one you know you choose one that fits with her personality or with the story good luck and that's that's what I love so it's always have to be this balance between what a writer gives me and what I can do I just like to to think of these things myself too so you develop the story together yes okay it was really really a process of working together yeah and so would you say it's some kind of 50-50 or isn't it possible to say something like this yeah it feels like 50-50 I mean I don't know if it was literally that way but it definitely felt like there was a perfect balance and I really enjoyed it yeah I mean I work with other writers and and sometimes it's not the case so in this in this particular book it was really really nice to work with her she she understood what I needed so let's talk about the the next upcoming thing will that will be will be released here in Germany of course I know the title Herr der Fliegen from William Golding what inspired you making this one how come you want you do this comic right now so Herr der Fliegen or Lord of the Flies in English it's it's one of my favorite books of all time it was written in 1954 and I'm not that old but I read it when I was in school yeah we all did yeah I think a lot of people did and it was one of the books that really stayed with me like a lot of books that I read I just had to read you know for school and then I forgot about them but this one I never really forgot about I reread it a couple times I really loved it so about 10 years ago I sent an email to the publisher of the book with the question if I could make a comic version of it because to me it seemed like a perfect book for a comic and they said no because it's very complicated with rights and you know the rights are still with the family of Golding so they just didn't have the permission and I tried again two years later they still said no so I kind of moved on with my life yes but two years ago they emailed me finally and they said you know we can do it now do you still want to do it and of course I dropped everything I was doing and I said yes and I started drawing it so this was made in very close collaboration with the family which is really cool so the daughter of William Golding was a big part of the process and the publisher of the original book so I'm very proud of it it's something that I never thought would happen so it's already finished it's already republished somewhere else in the world but it's not yet published but it is finished yeah I drew the last page a couple weeks ago so it's finished but now of course it's the process of you know production translation and the idea is that the book will come out in many countries at the same time yeah so this fall I think it's November in Germany it will be available I'm very surprised this is the first obviously the first adaptation of the story because it's that famous and I would have thought there's many comic adaptations but there aren't this is the first one yeah yeah that's right yeah they're very strict actually so it was a long process I really had to make like sketches and character concepts to convince them that I was going to do a good job so yeah I'm very proud that it that it worked out so let's try to talk about maybe there's something like a Dutch comic scene every time I get the chance to talk to somebody from abroad I really would like to know if there's a local scene in the for in this case in in the Netherlands please tell me is there any any comic scene there and how does it look like hmm there is definitely a comic book scene and it's very interesting because it's changing very rapidly and I think it's the same in Germany but in in Holland we we used to read the Franco Belgian comics a lot that was like the biggest group of readers and authors that we had the classical European style like Spirou and Asterix and stuff but these days like the young generation is much more influenced by manga and by online comics web comics webtoon so it's going all over the place and very often they they publish abroad and not even in Dutch they just sign a contract in the UK or they sign a contract in France so that's very exciting for me I really love the the way they look at the world as like they make comics for everyone and not just for the Dutch audience so yeah I'm very excited to see that and I'm also I'm teaching at the at an art school where they have a comic course and there I see a lot of beautiful auto bio comics which is to me is always such a pleasure so a lot of new talents are upcoming yes yes and it's very personal work so I'm very hopeful for the future and then are there any events like the comics along here in Erlangen too yeah yeah there are there are events I mean they're not this big I have to say Erlangen is one of a kind but yeah definitely there are many festivals some are bigger some are smaller and yeah there's always a very good vibe I have a lot of friends there so I really enjoy going there and here you the comics along and you got I just saw you signing a lot of your books how does how's the reaction of the feedback of the of the audience how do they like your comics well apparently they like my comics that's what they said at least maybe they're lying I don't know but they they really are excited that I'm here because I well it's the first time I'm in Germany signing my books people there yeah and like as you can see I have three books and so it's very busy some people come like two or three times because they want a drawing in every single one of them so yeah so it just happened that I saw the same person three times I like it yeah I like it absolutely and I'm pretty sure all these fans are looking forward for the Herr der Fliegenlot of the Flies comic and I would like to say Amy thank you very much for this interview and I wish lots of success thank you Andy at Erlangen ciao thank you ciao nun sind wir hier in Halle D Halle D ist eine neue Halle und irgendwie auch keine Halle weil es ist in einem Haus drin wir sitzen vor einer Bühne und hier ist auch die Comic Solidarity hier sind viele KleinausstellerInnen und hier ist eine Menge los ich freue mich jetzt hier jemanden begrüßen zu dürfen sie hatten wir schon vor ja zwei Jahren ist glaube ich gewesen zwei Jahre waren es am Start es war sehr gut wir haben sehr viel geredet und dasselbe das machen wir jetzt einfach noch mal wollen nämlich eine Menge inzwischen passiert ist hallo ich bin der Andi und wer bist du ich bin Franchi hallo Franchi hi stimmt dass es eine Menge passiert in den letzten zwei Jahren wie ist dir gegangen seit unserem letzten Gespräch das ist wahnsinnig viel passiert in den zwei Jahren wo fange ich an also fast forward jetzt ist es die siebte kann die ich besuche damals weiß ich noch da war der Comic Salon meine allererste Kon da war ich mit zwei Freundinnen von mir und wir haben uns zu dritt einen drei Meter hohen Stand geteilt drei Meter hohen Stand geteilt ja damals war die Höhenbegrenzung so von der Dame gesagt ja wenn ihr jetzt an der Decke nicht die Lautsprecher berührt ist alles okay dann haben halt bis drei Meter Höhe gebracht und uns dann uns zusammen gepfercht und unsere fünf sechs Sachen zusammen ausgestellt und jetzt ist es bei mir so weit ausgeartet in den letzten zwei Jahren dass ich einen eigenen Stand habe das heißt die ganzen Produkte in zwei Meter fünfzig Höhe jetzt von mir alleine Freunde von mir haben jetzt ihren eigenen Stand auch und ja ich habe sehr sehr viele Abenteuer erlebt sehr viele Kunst besucht in der Zeit viel Neues entdeckt und wenn man dir auf Instagram folgt man genau diesen Eindruck nämlich ich habe das tatsächlich gesehen dass du da wirklich diverse Veranstaltungen mitgenommen hast was waren so einfach auch mal positive Highlights was so so Veranstaltungen wie du immer wieder empfehlen würdest und die auch gern immer wieder besuchen möchtest also wo fange ich an also Comic Salon Erlangen ist für mich immer ganz ganz oben super Community gute Organisation allein schon diese Mappe die man bekommt wenn man da sein Ausstellerticket abholt ist für mich Gold wert weil normalerweise ich liebe es zu organisieren vor einem Event und da drucke ich mir alle Informationen aus schreibe sie mir jetzt hier mal auf und mache mir quasi meinen eigenen Schnellhefter für jede Con und dann schon jemanden zu haben der den Schnellhefter für einen macht mit allen wichtigen Infos das ist natürlich unbezahlbar weil dann geht es einfach schneller von der Hand was kann ich noch empfehlen Dokumi kann ich empfehlen natürlich riesengroß wenn man in so kleinen Raum wie möglich so viele Eindrücke wie es geht haben möchte Overload ja für manche ist es Overload für manche ist es der Himmel jeder ist ja verschieden dann ist das natürlich der beste Bahnhof sonst Comic Con Stuttgart Stuttgart ist wahnsinnig die sind toll organisiert schöne Atmosphäre die Leute sind nett die Orga ist nett du hast handbetriebene kleine Zeppeline die Werbung machen also ja die haben so winzig kleine so wie wie Drohnen aber es sind Zeppeline das ist ja putzig und und manchmal verdunkelt es sich über deinen Stand und du denkst die Sonne ist weg aber eigentlich ist es der Zeppelin der über dich drüber fliegt und die sind ganz ganz streng auch mit der Höhe die man an seinem Stand haben darf weil die wollen nicht dass der Zeppelin reinfliegt ja auch total cool also jede Con hat da für sich seine eigenen Spezialitäten aber Comic Con Stuttgart Comic Salon ja und auch so vom Publikum her weil das tatsächlich vermutlich auch ein sehr unterschiedliches Publikum ist in letzten Jahren ist ja Comic in Stuttgart jetzt zum Beispiel nicht mehr so ein Riesenthema aber Illustrationen natürlich und hier beim Salon da habe ich den Eindruck das Publikum ist schon oftmals auf der Suche nach einem fertigen Comic wo hast du den Eindruck läuft da für dich am besten muss keine Zahlen nennen aber was vom Publikum her am ehesten das wo du gut aufgehoben bist überraschenderweise bei der Animuk ist für mich ein Heimspiel weil ich aus München komme das bedeutet für mich kurze Armfahrtzeiten da kommen die Leute sehr gerne und mögen gerne putzige kleine Sachen ich verkaufe keinen ganzen Comic bis jetzt mal schauen was noch kommt und da sind die Leute sehr sehr happy auch mit so Kleinigkeiten für den Alltag und da lief es immer sehr sehr gut ich merke auch hier beim Comics Salon klar es gibt die Leute die Comics verkaufen es gibt die Verleger aber es gibt auch dann eben so eine kleine Sparte eine kleine Ritze die ich eben bedienen darf mit Kleinigkeiten für jeden Tag und läuft auch sehr sehr gut läuft auch gut ich glaube ich hatte die Frage vor zwei Jahren schon gestellt ich stelle sie jetzt noch mal könntest du dir vorstellen einen Comic zu machen ja ja wir bewegen uns langsam auf einen Comic zu ich habe jetzt ja damals vor zwei Jahren da hatte ich glaube ich auch noch gar keinen Kalender jetzt bin ich in der Kalenderproduktion Nummer drei also drei verschiedene Themen hatten wir bis jetzt einmal hatten wir ein also verschiedene Mädchen mit einer Ente dann hatten wir ein Haus voller Enten zwölf Räume für jeden Monat einen Raum voller Enten ich glaube insgesamt über 64 Enten waren in diesem Kalender und jetzt ja kommt eine geheimnisvolle neue Sparte und auch eher in Geschichtenerzählung rein also mehr Storytelling drinnen vielleicht wird es irgendwann mal auch ein Comic geben interessant danke fürs Teasen du pass mal auf wir sind in der Halle D und die Halle D die gab es ja beim letzten Mal Salon gar nicht sie ist wenn man so will die zweite Kleinaussteller innen Halle denn Halle C ist das irgendwie auch und der war ich gerade sag mal wird diese Halle hier wahrgenommen hast du das Gefühl dass es hier ordentlich frequentiert oder ist es dir vielleicht auch mit der Treppe und so noch ein bisschen zu weit fernab also kann ich noch nicht so ganz für den ganzen Salon sagen weil es jetzt der erste Tag für die ersten zwei Stunden der Con würde ich sagen war grauenhaft grauenhaft also außer die anderen Aussteller gab es hier niemanden ich habe dann auf eigene Faust dann versucht ja Leute hierher zu locken Video Tutorials zu machen wie kommt man zu meinem Stand wie kommt man hier die Treppen hoch was ist überhaupt der Redouten Saal noch Fotos gemacht von der Karte für alle Leute online nochmal hey hier gibt es nochmal eine Halle D schaut mal da vorbei ja mein Partner hat auch versucht mit der Orga zu reden mehr Beschilderung irgendwas zu machen weil es war grauenhaft für den ersten die erste Hälfte des Tages jetzt glaube ich langsam haben sich die Menschen ein bisschen aufgewärmt zu der Idee dass es jetzt auch diesen Raum gibt sehr gut sehr gut und wir da sind auch unheimlich viele Leute kennst du inzwischen aufgrund der ganzen Veranstaltung die du wahrgenommen hast kennst du den halben Saal eigentlich inzwischen also man hat immer wieder seine bekannten Gesichter die habe ich aber auch schon auf den anderen Cons kennenlernen dürfen und dadurch sind sie mir auch bekannt ich habe ich ja aber auch schon Besucher die vom letzten Mal comic salon hierher kommen das ist auch so ein bisschen Family Gathering Feeling die erkennen mich dann auch wieder so hey warst du nicht im Trio ich so ja ich bin jetzt hier alleine und ja da kommen schon ein paar bekannte Gesichter zusammen aber es kommen auch neue Gesichter und das finde ich ganz ganz spannend Lass mal auf jeden Fall nochmal über deine anderen Projekte sprechen denn du hattest mir gerade gesagt dass du auch inzwischen beispielsweise Voice Coaching und ähnliche Sachen machst hol uns doch mal da ab was gibt es denn noch von dir aktuell ja also außerhalb von der Illustrationssparte ich mache natürlich immer noch Gemälde und seit diesem Frühjahr habe ich mir gedacht okay ich habe Räume an den Händen das ist so ein bisschen ein Rennen gegen die Zeit mal schauen wie lange meine Hände mich bei der Illustration noch unterstützen können und sonst was gibt es noch für Möglichkeiten sich kreativ auszudrücken oder irgendwie eine Geschichte zum Leben zu erwecken und da bin ich durch eine Comic Con auf sehr sehr nette Voice Actor gekommen aus England und die haben mir quasi in einem Panel ein bisschen so die Know-how 101 Basics beigebracht zu dem Thema Voice Acting ich war total verliebt ich wollte das unbedingt gerne machen weil ich war schon mein ganzes Leben lang mit diesem Thema ausgesetzt sag ich mal so und jetzt verfolge ich dieses Ziel ich möchte gerne meine Stimme hergeben für andere Projekte und auch performen für andere Projekte damit quasi auch mein Körper meine Stimme ich möchte komplett quasi aufgebraucht werden in kreativer Hinsicht ja genau das geht dann so Richtung Hörspiele oder so Voice Aura von 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 bestehenden Videos was konkret hast du da vor also ich würde sehr gerne Character Voice Acting machen das heißt für Videospiele aber auch Motion Capture Performance das heißt Schauspiel aber quasi für Videospiele dann natürlich Voice Overs Hörspiele Lesungen von Büchern würde ich alles sehr 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 gerne machen natürlich ist aber auch alles mit einem gewissen Können verbunden das heißt wenn man ein Hörbuch machen möchte dann liest jemand das Buch vor und muss auch von allen Charakteren die im Buch vorkommen meistens auch ein bisschen die Intonation von einer Stimme auf einmal können das ist natürlich wahnsinnig anspruchsvoll und da würde ich mich lieber dann in eine Richtung konzentrieren wo ich dann mich einem Charakter hingeben kann erforschen kann was für einen Hintergrund hat dieser Charakter was für ein Ziel hat dieses dieser Charakter und was für eine Motivation und wie könnte sich diese Person anhören oder dieses Wesen das kann ja auch etwas nicht humanförmiges sein das würde ich sehr gerne erforschen und gibt es da bereits Projekte von dir wo man sich mal einen Eindruck davon machen kann wie du das anstellst oder sind das eher so aktuell mehr Wünsche die du da machen möchtest Projekte an sich momentan nicht ich arbeite gerade daran dass ich eben meine Stimme etwas verbessert auch im englischen Raum dass sich mein deutscher Akzent zum Beispiel ein bisschen reduzieren lässt und dafür britisches Englisch sich einfindet wo hört man mich ja wo hört man mich vielleicht dass du einen Podcast machst ich merke schon es geht nicht anders ich wollte gerade sagen ihr habt glaube ich das kleine Privileg mich in meinen Babyschuhen mit meiner Stimme hier hören zu dürfen weil bis jetzt gibt es noch nicht sehr viele Recordings von mir aber das hat mich auch ein bisschen motiviert nach diesem einen Podcast ich würde mir das so gut vorstellen normalerweise erschaudere ich meine eigene Stimme zu hören ist glaube ich für viele Leute einfach ein bisschen komisch sich nochmal in einem Video zu sehen sich nochmal anzuhören aber ich fand das irgendwie ganz cool in diesem Podcast oder dachte ich mir ja das könnte ich öfter machen absolut es gibt ja tatsächlich auch eine Handvoll Comic Podcast von kreativ schaffenden aus der Comic Branche haben wir viel zuletzt keine Ahnung beispielsweise Ingo Römling hat zusammen mit einer Künstlerin deren Name mir gerade nicht einfällt was gestartet es gab auch viele andere Dinge und ich könnte mir sehr gut vorstellen dass auch mit deinem persönlichen Schicksal was vom Römer gesprochen dass du da auch viele tolle Aspekte in solche Runden in solche Gespräche mit einbringen könntest ich würde es hören das würde mich freuen sonst ist es immer so ein bisschen so ein seltsamer Monolog mit sich selber wenn es keiner dann anhört kann weiterhin die verrückte sein die mit sich selber redet das geht auch aber mein Ziel wäre es wenn es Leute anhören weshalb würde es mich sehr ja Podcastpartner da könnte ich mir vorstellen dass ihr das zweit irgendwas machen könnt es gibt immer diesen Witz kennen sie vielleicht hoffentlich gibt es keine ungerade Anzahl an Männern sonst hat irgendeiner kein Podcastpartner und das ist halt so also sucht ihr also würde ich mir auf jeden Fall gut vorstellen will ich damit sagen und ich wie gesagt ich glaube auch dass du viel zu erzählen hast und da viele tolle Dinge einfach grundsätzlich von dir kommen könnten wenn du Hilfe brauchst wir kriegen es hin ja cool jetzt sind wir hier beim Comicsalon und das ist eine Veranstaltung die dies ja auch ein bisschen nass ist bis jetzt zumindest so aber ich habe trotzdem den Eindruck als ist das Publikum als wäre das Publikum sehr gut gelaunt deine Stimmung ist scheinbar auch noch ganz gut ja immer immer Comicsalon Zeit ist immer für mich wie Urlaubszeit einfach Freude pur es sind ja auch viele Veranstaltungen hier hast du selbst mal die Zeit eine dieser Veranstaltungen wahrzunehmen also jetzt gar nicht mal nur Panels aber beispielsweise so eine Ausstellung und einfach mal durch die Hallen zu laufen hast du dafür Zeit oder bist du schon auch ein Stück weit an deinem Tisch quasi gefesselt ja also ich versuche natürlich ab und zu mal aufzustehen um mir die Beine zu vertreten ist sehr schwierig also ich liebe meinen Stand und das ist wie mein Baby und ich möchte nicht so weit weg sein von meinem Baby ich versuche aber soweit es geht nach der Conzeit oder vor der Conzeit also wo noch nicht die Besucher da sind so meine eigenen Eindrücke zu bekommen schon mal so die kleinen Stellertische schon mal anzugucken bevor alle anderen sie angucken können oder danach bevor alle Leute es wieder zusammenpacken und auch da das Programm ja auch über die Öffnungszeit glaube ich auch hinausgeht von dem was hier ist also wo man quasi in der Halle die Besucher hat da sind ja noch Panels glaube ich und Events da könnte ich mir dann auch vorstellen nochmal vorbeizuschauen wenn ich da mal kann irgendwann haben wir dich auch mal auf der Bühne und du nimmst an irgendeinem Panel teil das wird bestimmt auch großartig Mensch liebe Franchi dann haben wir es auch schon geschafft ich danke dir vielmals für deine Zeit oder haben wir noch was vergessen was wir unbedingt erwähnen sollten weil das der Moment ist wo es alle hören können ich würde einfach nur Grüße ausrichten an alle die es anhören einfach ihr habt einen guten Geschmack bleibt dabei und habt eine schöne Zeit hier und wer mehr von dir wissen möchte der schaut unbedingt mal in die Shownotes denn dort gibt es allerhanden relevanten Links zu dir zu deinen Auftritten zu Social Media und Co kann man gar nicht verpassen vielen Dank Dankeschön Tschüss Tschüss Sehr geehrte Damen und Herren wertes Publikum liebe Hörende vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit ich hoffe sehr euch hat gefallen was ihr gerade gehört habt wir die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast Projekt zum selbst mitmachen also meldet euch bei uns wir beißen auf außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast Plattformen wer möchte darf uns gern immer und überall empfehlen alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes vielen Dank und bis zum nächsten Mal euer Andi Vielen Dank Vielen Dank.